Eine kieferorthopadische Behandlung bietet viele Vorteile FA in Viertel-R-Patienten, die Probleme mit ihrem Gebiss oder ihren Kiefer haben. In diesem Video werden wir genauer auf die Vorteile eingehen, die eine kieferorthopadische Behandlung bieten kann. 1. Verbessertes Aussehen Eine kieferorthopadische Behandlung kann das Aussehen eines Patienten erheblich verbessern. Durch die Korrektur von Zahnfehlstellungen, Aoi-Überbissen oder Unterkieferproblemen kann das Latschellen gerader und asthetischer aussehen. Dies kann das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefahr ein Viertel heil des Patienten stärken und ihm helfen, sich selbstbewusster zu FA ein Viertel nennen. 2. Verbesserte Kieferfunktion Eine kieferorthopadische Behandlung kann nicht nur das Aussehen, sondern auch die Funktion des Kiefers verbessern. Durch die Korrektur von Bissproblemen oder Kiefergelenksproblemen kann der Patient besser kauen, sprechen und schlucken. Dies kann helfen, Beschwerden wie Kopf- und Nackenschmerzen zu lindern, die durch eine schlechte Kieferfunktion verursacht werden. 3. Vermeidung von Zahnproblemen Durch eine kieferorthopadische Behandlung kann in Zahnprobleme wie Karis, Zahnfleischerkrankungen oder Zahnabrieb vermieden werden. Wenn Zahnähe A1, Viertelbärmeiig eng stehen oder Probleme mit dem Biss auftreten, kann dies zu einer unzureichenden Reinigung der Zahnähe F1, Viertel rennen, was zu Karis oder Zahnfleischerkrankungen F1, Viertel rennen kann. Eine kieferorthopadische Behandlung kann helfen, diese Probleme zu vermeiden, indem sie sicherstellt, dass die Zahnähe richtig ausgerichtet sind und kein A1, Viertelbärmeiiger Druck auf sie ausgehe, A1, Viertelbti wird. 4. Verbesserung der Sprache Manchmal kann ihn Bissprobleme oder Zahnfehlstellungen die Sprache beeinflussen. Durch eine kieferorthopadische Behandlung kann ihn diese Probleme korrigiert werden, was zu einer verbesserten Aussprache und Wärstandlichkeit F1, Viertel rennen kann. Dies kann dazu beitragen, das Selbstvertrauen des Patienten zu stärken und ihm helfen, sich klarer auszudrahe ein Viertelzeiten. 5. Langfristige Gesundheitsvorteile Eine kieferorthopadische Behandlung kann nicht nur kurzfristige Vorteile bieten, sondern auch langfristige Gesundheitsvorteile haben. Durch die Korrektur von Bissproblemen und Zahnfehlstellungen kann das Risiko von Zucker ein Viertel neftigen Zahnproblemen oder Kiefergelenksproblemen reduziert werden. Dies kann dazu beitragen, die allgemeine Mundgesundheit des Patienten zu verbessern und ihm dabei helfen, seine Zahnähe und sein Zahnfleisch gesund zu halten. Zusammenfassend La SST sich sagen, dass eine kieferorthopadische Behandlung viele Vorteile bieten kann, sowohl F1, Viertelr das Aussehen als auch F1, Viertelr die Gesundheit des Patienten. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gebiss oder Ihrem Kiefer haben, kann es sich lohnen, eine kieferorthopadische Behandlung in Betracht zu ziehen, um von diesen Vorteilen zu profitieren. Behandlung Behandlung Behandlung